Oh, da ist noch einer. Boah, ich hab nur zwei Leben. Immer schön sich gegenseitig in der Gruppe bauen. Ja, ich wusste das nicht. Ich wusste das nicht. Altbank, ja. Das ist ein guter Plan hier. Das hat jetzt quasi als Bonus-Aktion gegolten, oder was? Yes, okay, gut verstanden. Schwächender Schlag. Der hat noch... Ich glaube, ich mach einfach den Hauptangriff. Der Hoffnung, dass er da wird. Sehr gut. Geht jetzt hier nicht mehr. Ich bin immer noch belohnen. Nix und nix. So, vielleicht kann ich jetzt das Ding einsetzen. Ja. Kann ich das vielleicht einfach nehmen und versuchen da einzusetzen? Hier. Was soll ich da drauf drücken? Ich glaube, da kann man irgendwas einsetzen. Und ich kann natürlich einfach dumm dagegen hauen. Aber wer weiß, vielleicht gibt's da doch was. Oder ich mach jetzt einfach was du sagst. Mark, wie was sagst du? Der hat's schon nach oben. Der hier. Ja. Der hier. Der hier. Der hier. Now Thiloiden-Tank. Ich hau die mal kurz kaputt. War das dumm? Also was soll ich anklicken hier? Die Maschine machte mich hostile. Ich danke so viel für Frieden. Ein weiterer Schritt nach vorne. jetzt boah sah aber schon geil aus rettungswurf gelungen stand ich habe leider nicht lesen können das ging zu schnell ich weiß nicht was das jetzt bedeutet hat so der geht jetzt nicht mehr gut verstanden ach vielleicht sollte ich dann diesen schütteln benommen was ist er benommen zauber hat nicht getroffen heißt das mag ich sehr geil ups mit ihr geht jetzt eh nichts mehr hupferring sieht teuer aus auf den ersten blick flasche rätselhafte fröhlichkeit ist eingetrocknet soll ich jetzt hier nochmal einen knopf drücken dann hast du noch einen drücken wüsste ich probiere es aus ich gehe kurz zur genesung da ist da ist da ist da ist du auch wer hätte nicht mehr retten können wer hätte übrigens wahrscheinlich retten können jawohl da ist da ist ich möchte es nicht mehr auch bediebeswerkzeug was ist das ok da kann man es geben ja dann machen wir auch das an Sollen wir drauf haben? Und da willst du weggehen Nimm die Stockett, da muss irgendwas rein Ich dachte halt schon, vielleicht dieses... Dieses fürn Ding Haha Ich wusste es Nö Ich wusste es doch nicht Ich rede nochmal mit dir Komm Wie denn? Keep looking Ich weiß halt nicht, ob wir gleich weiter gehen sollen Ob es im nächsten Raum ist quasi, weißt du? Ja Ja Aber hier ist noch ein Raum und hier ist noch ein Raum Und hier ist noch ein Raum Hier ist wieder so ein Ding, schau Ja Ah Hallo Kärkten, was geht ab? Aua Wie geht's dir? Schön, dass du da bist Hallo Kärkten, da ist Ah, da müssen wir noch ein Festiges Ding drauf machen Ja Ja Ich steig noch nicht so durch Ich hab noch nicht so viel Verstanden ehrlich gesagt Aber ich habe ja auch überhaupt gar keinen Ähm Gar keinen Bezug zu dem ganzen Die und die Ding so Danke Jolly Ja Es ist nicht so Ich hatte mal ein bisschen era runter gespielt, aber das ist halt Ja Absolut Unwissend bin ich Vielleicht oh nix Wir sind noch alles einsam Ja, ich habe alles gedauert ich habe alles neben gedrückt 20 jahre ja krass das ding das ist jetzt ich habe nicht alles eingesammelt sagt also hier habe ich nicht alles eingesammelt wo ist da hinten maxi das hier ja das ist wieder so ein verstand links das ist genau das gleiche teil vielleicht können wir da was raus holen uns da rein machen die hand auf die konsole legen immer wieder ja ein video spiel wenn ich also wenn ich es da nicht so in diesem video ist mir das extrem aufgefallen das absolut absolut übel ich glaube dann nicht mehr dass wir dieses wasser gesagt ja die mystische rune die wir eingesammelt haben die können wir benutzen das war die hier aber wenn wir das ding auch aktivieren nicht dass es dann das gleiche macht ist ja blöd rechts auf den verlauf klickst kannst du nachlesen was die npc gesagt haben ach krass ups karte ich habe einfach das tutorial weggeklickt dialog heftig nicht da quest hier ist das tier wenn ich links auf den verlauf klicke wenn du rechts auf den verlauf klickst kampfprotokoll im bildschirm und tagebuch es ist das hier cool sehr geil ja was ging bei dir so der was eben das hat monster an der gezockt oder wahrscheinlich nicht die rune in die fassung einsetzen ja aber nicht dass das gleiche wie die jetzt passiert wie mit der anderen ische ihr habt monster an der gezockt oder hattest du spaß was bin ich da gerade da ist wieder mit minus 1 intelligenz das bedeutet aber ja ich weiß halt nicht man kann das spiel immer weiter spielen es gibt kein falsches gibt immer eine möglichkeit weiter zu machen ok krass macht dir weniger gedanken gut wie kann ich daran jetzt schon irgendwie ausmachen wie viel ich würfeln muss weil wenn da jetzt 1d20 steht also die minus 1 intelligenz das heißt immer dass also das ist der 20er würfel und wenn ich den würfel und da kommt jetzt die 10 raus dann kommt automatisch runter auf 9 gesetzt wegen der minus 1 intelligenz aber weiß ich daran jetzt schon irgendwie viel ich brauche wenn ich jetzt drauf klicken da steht ich muss 20 würfeln da wäre das echt dumm also ja das habe ich das habe ich schon an das ist was anderes ich mache das jetzt oder maxi was sagst du den drückt du bitte nein du musst das richtig machen bitte ich bin ich bin ich bin Ja. Konnexion. Authority. Geschichte. Elitide. Mit einer Gedanken schünder Larve infiziert zu werden, ist doch schlimmer als der Tod. Oder? Und Weisheit. Sollte die Kapsel mit Willenskraft aufzwingen. Ja. Was hast du? Ne, das will ich trotzdem nicht machen. Das will ich trotzdem nicht machen. Maxi, duft. Ja, irgendwie schon. Das Problem ist... Das Problem ist, dass ich echt... Ich hab einfach kein Glück immer. Und die Maxi hat halt normalerweise klasses Glück. Deswegen lass ich lieber die Maxi würfeln. Die macht das schon. So. Einfach rollen. Ja. 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 Och. Ja. Nicht weiter. Was hat sie gemacht? Wirfeln voll, ich brauche nicht heilen, Ab durch den Schließmuskel, ich finde das mit den Würfeln ist jetzt auch ganz geil, aber ich verlasse mich dann lieber ein bisschen auf das Glück von der Maxi. Noch mal heilen. Später Verlauf kann man zum Beispiel auch zusätzliche Skills benutzen, die Vorteile verschaffen, ok nice. Später Verlauf ... produzierte Luc- Stahl, connect the nerves of the transponder. We must escape.